Hi, hier ist wieder Chris und in diesem Tutorial zeige ich euch, wie ihr euer Skript in Google Tabellen zeitgesteuert ausführen könnt. Total easy und dafür werden so eine Art Trigger benutzt. Und in diesem Beispiel werde ich das so machen, dass ich in Spalte A sozusagen immer einen Zeitstempel setze. Ich hatte ja schon mal gezeigt, wie man einen Zeitstempel programmieren kann. Und ich werde das jetzt so machen, es wird ein Zeitstempel gesetzt in Spalte A1 oder jetzt sagen wir mal in Zelle A1. Und danach wird geprüft, ja ist da schon etwas drinne und anschließend wird minütlich sozusagen immer in die nächste Zeile der nächste Wert eingetragen. Total easy. Das Skript könnt ihr natürlich wieder von meiner Webseite runter kopieren, überhaupt kein Thema. Und ich füge das jetzt auch einfach nur so ein, damit ihr erstmal seht, wie das Ganze überhaupt mit den Triggern funktioniert. Als erstes gehe ich natürlich auf Tools und dann Skript Editor. Und ihr wisst ja, in My Function setze ich ja meistens nichts rein. Ich kopiere mir jetzt einfach diese Funktion oder füge die jetzt einfach hier mal ein. Wie gesagt, ihr könnt die von meiner Webseite runterladen. Ich habe die ein bisschen modifiziert. Bei mir heißt die jetzt Zeitstempel per Trigger setzen. Und genau diese Funktion werden wir gleich aufrufen. Und hier passiert nichts weiter, als dass das aktuelle Tabellenblatt, also das aktive Tabellenblatt, sozusagen in die Variable Tabellenblatt reingeschrieben wird. Dann werden wir einen aktuellen Zeitpunkt holen, also den momentanen Zeitpunkt. Hier wird das Format festgelegt. Das könnt ihr natürlich entsprechend alles anpassen. Und in der letzten Zeile wird im Prinzip der Wert gesetzt. Allerdings wird hier nochmal geguckt über Get Last Row, ja, welche überhaupt die letzte beschriebene Zeile ist. Und dementsprechend wird dann der Zeitstempel gesetzt. Und anschließend natürlich auch noch das entsprechende Format gesetzt. Das ist eigentlich schon alles. So, jetzt kommen wir zum eigentlichen Teil. Und zwar total easy. Ihr geht hier einfach auf Bearbeiten und geht dann auf Trigger des aktuellen Projekts. Oder ihr seht hier auch dieses coole Symbol mit der Uhr. Und hier könnt ihr natürlich genauso draufklicken. Das heißt, ich klicke hier einmal rauf und dann seht ihr hier schon Trigger des aktuellen Projekts. Keine Trigger eingerichtet. Klicken Sie hier, um diese jetzt hinzuzufügen. Ich klicke hier rauf und ihr seht schon Ausführen, My Function. Ich will aber, dass halt meine Funktion hier ausgeführt wird. Das heißt, ich will mir die hier aus. Zeitstempel per Trigger setzen. Wer das jetzt nicht sehen sollte, normalerweise müsste das immer funktionieren, der muss natürlich vorher dann halt sein Projekt speichern. Ihr wisst das ja, dass selbst wenn ihr jetzt seinen Code hinzugefügt habt und das nicht gespeichert habt, dann habt ihr das hier auch nicht in dieser Auswahlliste zu stehen. Kann sein, dass das bei euch jetzt auch nicht drin ist. Das habe ich nicht ausprobiert, aber checkt das mal. Wenn das nicht hier stehen sollte, dann müsst ihr das Ganze nochmal speichern. Aber ich glaube, das wird automatisch gemacht. So, wie gesagt, ihr sucht euch hier die Funktion aus und dann Ereignisse. Ihr könnt jetzt eingeben, zeitgesteuert. Es gibt natürlich noch weitere Funktionen und zwar aus der Tabelle. Es gibt ein paar Funktionen, die nennen sich Events. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel aus Tabelle auswählt, dann könnt ihr zum Beispiel on Open, on Edit und so weiter auswählen. Das heißt, wenn ihr irgendwie Änderungen passieren oder wenn ihr auf das Tabellenblatt zugreift, dann können auch Funktionen ausgeführt werden. Aber wir wollen das Ganze ja zeitgesteuert haben. Also wähle ich mir zeitgesteuert aus. Und hier könnt ihr zum Beispiel einstellen, Stundentimer oder halt andere Sachen. Ihr seht hier schon, Minutentimer, Tagestimer, Wochentimer, Monatstimer und so weiter. Ich habe ja gesagt, ich will das minütlich ausführen lassen. Das heißt, ich nehme hier meinen Minutentimer und hier minütlich. Hier könnt ihr nochmal ein paar andere Einstellungen vornehmen, alle 30 Minuten, was auch immer. Aber ich habe ja gesagt, ich will das minütlich haben. Ich wähle mir das aus, speichere das Ganze jetzt ab hier. Ihr könnt natürlich noch weitere Trigger setzen. Ihr seht das hier, neuen Trigger hinzufügen und so weiter. Aber ich will das Ganze speichern. Zack, wird gespeichert. Jetzt kommt die ganze Geschichte mit den ganzen Berechtigungen. Ihr kennt das ja vielleicht von den anderen Skripten her. Also Berechtigung ansehen, Konto auswählen. Dann hier die neuen Änderungen. Also je nachdem, wann ihr das natürlich guckt. Wenn ihr das erst in einem Jahr guckt, das Video, klar, dann ist das nichts mehr Neues. Aber das ist für mich jetzt relativ neu. Das heißt, auf Erweitert gehen. Und hier unten steht nochmal Unbekanntes Projekt öffnen. Nicht Unbekanntes, sondern Unbenanntes Projekt öffnen. Zack. Ich werde das Ganze hier zulassen, weil ich habe das Skript ja selbst geschrieben. Also brauche ich mir da keine Sorgen machen. Und jetzt ist das Ganze schon fertig. Ich gehe mit Steuerung und Tab wieder zurück. Ich habe hier die Vollansicht mit F11 gewählt. Und mit Steuerung und Tab kann ich wieder in die Tabelle wechseln. Und ihr seht, hier wurde jetzt schon der erste Eintrag hinzugefügt. Ihr könnt natürlich das Skript auch manuell aufrufen. Das heißt, das könnt ihr über einen Button machen oder was auch immer. Aber es gibt halt auch noch andere Möglichkeiten, indem ich zum Beispiel mit Steuerung und Tab wieder zurückgehe. Und einfach hier natürlich auf dieses Ausführen Symbol klicke. Wir gehen nochmal ganz kurz zurück mit Steuerung und Tab sozusagen. Und dann warten wir einfach ein paar Sekunden. Ich kann euch ja noch so lange hier ein bisschen vollquatschen. Das müsste aber auch gleich funktionieren. Und ihr seht, dass momentan 11.33, 47 Sekunden hier steht. Und ja, schauen wir mal ein paar Sekunden, was hier gleich passiert. Ich habe das Ganze jetzt mal ein bisschen abgekürzt. Und werde jetzt auch gleich nochmal, ja noch ein paar Einträge automatisch hinzufügen. Aber ihr seht schon, selbst das funktioniert sekundengenau. Ich hatte vor kurzem mal ein paar Berichte gelesen, dass das wohl nicht ganz so genau von der Uhrzeit klappen sollte. Aber ihr seht, das scheint hier wirklich absolut top zu sein. Hätte ich gar nicht gedacht. Und ich brauche mich jetzt um nichts kümmern. Ich kann jetzt sozusagen andere Sachen machen. Und das Skript wird minütlich immer wieder ausgeführt. Ihr solltet natürlich darauf achten, das Skript jetzt irgendwie nicht irgendwie zur Seite zu packen. Und dann eure Tabelle damit richtig vollknallen zu lassen. Ich gehe jetzt nochmal zurück in den Skript Editor mit STRG-Tab kann ich da wieder rein wechseln. Und wenn ihr eure Träger natürlich wieder rausschmeißen wollt, ganz einfach entweder hier wieder dieses Symbol anklicken oder bei Bearbeiten. Und dann seht ihr hier zum Beispiel auch den Eintrag, alle meine Träger ausgewählt. Und dann seht ihr schon, es gibt ja hier schon einen festen Eintrag zum Beispiel. Und der hängt damit zusammen, was ich vorhin schon gesagt habe. Diese Events und Open und so weiter, die sind sowieso schon fest integriert. Dann hatte ich hier einen Test gemacht vorhin mit Zeitstempel-Sätzen, um zu sehen, ob das überhaupt funktioniert, bevor ich euch das hier überhaupt mal vorstelle hier. Und das ist jetzt sozusagen mein aktueller Zeitstempel, wo ich mich jetzt gerade auch in dem Dokument befinde, wo ich den gesetzt habe. Und genau hier kann ich das Ganze sozusagen auch wieder ändern, wenn ich will oder halt auch neue Träger hinzufügen. Ihr seht, die Funktion könnt ihr euch aussuchen. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel andere Funktionen geschrieben habt, dann könnt ihr natürlich auch die dafür hier einsetzen. Das war es eigentlich auch schon. Ihr habt gesehen, total easy. Und wie gesagt, ich zeige euch nochmal ganz kurz, wie das mit dem Skript und dem Zeitstempel voranschreitet. Aber was ich euch noch zeigen wollte, ihr könnt zum Beispiel hier auch Benachrichtigungen noch festlegen. Das heißt, ihr könnt hier zum Beispiel auf Benachrichtigungen klicken und dann könnt ihr zum Beispiel festlegen, dass ihr zum Beispiel eine Benachrichtigung haben wollt, wenn es zu Fehlern bei der Ausführung gekommen ist. Tja, das war es wie gesagt, total easy. Ich zeige euch nochmal ganz kurz, wie das jetzt momentan aussieht. Und ich hoffe, dass der ein oder andere mit dem Tutorial was anfangen konnte und freue mich wie immer natürlich über einen Daumen hoch. Und wenn ich euch bei weiteren Tutorials von mir wiedersehe. Alles klar, bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao.